6. April 2001, Herz-Jesu-Freitag, Kreuzweg der Liebesflamme, zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so sehr geriebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so sehr geriebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so sehr geriebten Braut. Mutter Gottes, meine lieben, sühnende Kinder, kommt mit mir, damit wir den schmerzvollen Kreuzweg Jesu und auch euren eigenen gemeinsam gehen. Erste Station Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Pilatus fragt nach der Wahrheit und verurteilt zugleich die Wahrheit. Satan ist der große Blender. Er tut alles, damit der Mensch die Wahrheit nicht erkennt. Denn er verblendet ihn durch sein trügerisches Licht. Sucht die Wahrheit, das wahre Licht, und folgt ihm nach. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mein göttlicher Sohn beginnt, sein Kreuz tragend, seinen letzten Weg. In der Nachfolge Gottes ist es notwendig, dass ihr täglich eure winzigen Alltagskreuze auf euch nehmt und diese im Beten der Sünden der Gesinnung mit Demut, Geduld und Liebe tragt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Beim ersten Fall gibt dir Liebe Kraft zum Neubeginn, zum Weitergehen. Wenn ihr auch in Sünde gefallen seid, so lasse ich als Mutter der Barmherzigkeit mit bangender Liebe und mütterlicher Fürsorge meine Liebesflamme reichlich über euch ausströmen. Damit Satan dadurch geblendet und ohnmächtig wird und ihr so von euren Sünden aufstehen könnt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Abstabens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Vierte Station Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die Begegnung meines göttlichen Sohnes mit mir ist Freude und Schmerz zugleich. Freude, weil sich unsere Blicke begegnen. Unser Herz kommt erneut zu Kraft. Doch diese schmerzvolle Begegnung ist geprägt durch das Leid seines gemarterten Leibes. Wenn ihr euch in Kummer in guten und schweren Zeiten an mich wendet und eure Zuflucht zu meinem unbefleckten Herzen nehmt, dann werdet ihr wirklich erfahren, dass ich stets eure sichere Zuflucht bin. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Fünfte Station Simon von Sirene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Sie hatten Simon genötigt, das Kreuz meines Jesus zu tragen. Oft zwingen euch die Umstände zum Kreuz tragen. Wenn ihr jedoch die demütige Bereitschaft des Herzens Jesu auf euch wirken lasst, so werdet ihr es erlernen, eure Kreuze mit Hingabe zu tragen. Ich lade euch ein, im Werk der Seelenrettung meine helfenden Gefährten zu sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergebe uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Sechste Station. Veronika, reicht Jesus das Schweißtuch da. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mein göttlicher Sohn hat den Liebesdienst Veronikas bereitwillig angenommen. Ja, er hat sie mit seinem göttlichen Abbild beschenkt. Ich ziehe euch an mein unbeflecktes Herz, damit ich mit mütterlicher Liebe in euch das Abbild meines göttlichen Sohnes ausforme. Seid zum aufrichtigen Liebesdienst für andere stets bereit. Doch nicht nur für jene, die auch euch mögen. Vergegnet allen mit Liebe. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übert. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterben. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Siebente Station Jesus fällt zum zweiten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Oh, wenn ihr eure und auch die Sünden anderer demütig bereuen könntet, das gehört zum Wesen der Sühne. Vater unser, der du bist im Himmel, der zweite Fall Jesu ist Ermutigung für alle, dass ein Aufstehen möglich und ein Neubeginn notwendig ist. Gebt den Kampf nie auf, es besteht immer Hoffnung. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Abstabens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Achte Station, Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Oh, wenn ihr eure und auch die Sünden anderer demütig bereuen könntet. Das gehört zum Wesen der Sühne. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Neunte Station Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die Gnade hilft dem Stolbernden. Wichtig ist, dass ihr von der Sünde aufstehen und die schlechten Gewohnheiten aufgeben wollt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzig der Herr Jesus Christus Erbarme dich unseren Tiers, den armen Seelen im Fegefeuer. Zehnte Station Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mit den unreinen Gedanken und Handlungen verhöhnt der Mensch Gottes heiligen Plan und Willen. Jesus hat an seinem eigenen Leib die Sünden der Unsittlichkeit gesünd. Er sucht jedoch Nachfolger. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gewenedeit unter den Weibern und gewenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit, mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Abstabens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im fege Feuer. Elfte Station Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ihr müsst täglich eure egoistischen Wünsche kreuzigen. Damit ihr wahrlich glaubwürdige Christus Nachfolger sein könnt. Vater unser der du bist im Himmel geheiligt werde dein Name zu uns komme dein Reich dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Übel Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Heilige Heilige Mutter Gottes bitte für uns arme Sünder überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebes Flamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gekreuzigte Herr Jesus Christus Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fege Feuer Zwölfte Station Jesus stirbt am Kreuz Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst Selbst Überwindung der Verzicht das Fasten all dies ist ein kleines sich selbst Absterben eures egoistischen Sterbens Vater unser der du bist im Himmel geheiligt werde dein Name zu uns komme dein Reich dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Übel Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns arme Sünde überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebes Flamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gekreuzigte Herr Jesus Christus Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer 13. Station Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner heiligsten Mutter gelegt Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst Wenn ihr um Gottes Willen eurem Egoismus entsagt Werdet ihr erfahren dass ich mich euch mit mütterlicher Liebe zuwende Vater unser der du bist im Himmel geheiligt werde dein Name zu uns komme dein Reich dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Übel Amen Gegrüßet Erbarme Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer 14. Station Der Heilige Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst Gottes heiliger Wille ist dass ihr wie und mit Christus begraben werdet um einst auch an der Herrlichkeit seiner Auferstehung teilhaben zu können Vater unser der du bist im Himmel geheiligt werde dein Name zu uns komme dein Reich dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erde unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Übel Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns arme Sünder überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deine Liebes Sonne jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gekreuzigte Herr Jesus Christus Erbarme dich unserem Tier den armen Seelen im Fegefeuer Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit Amen Maria 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 mit dem Kind lieb uns allen deinen Segen gib Amen Amen Vielen Dank.